Ich habe in jeder Stadt gerade einen Workshop am Gehen. Ich habe in jeder Stadt einen Workshop am Gehen. Das war's für heute. Tormiris hat eine Vereinbarung vorgeschlagen. Oh, schön. Sie zeigt mir was für Frieden. Ja, herzlich gerne. Gott sei Dank. Nixens einen Krieg weniger. Was war das denn? Was? Math? Ich hab gefragt was das denn war. Ach. Ich hab hier grad ganz komische Sachen. Negotiated peace. You have met a new city state. Ah. Krieg ich von dem jetzt einen Envoy? Nee. Nee. Weil du kacke aus siehst. Ach so. Ja, nee. Das verstehe ich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist für mich auch irgendwo nachvollziehbar, weißt du? Mhm. Weißt du? Aufmerksamkei alle. Ja, ja, ja! Das war's. 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 Das hat's. Very much. Das war's. Das war's. Fuck. Das war's. Weg, weg, weg. Ich werde hier katholiziziert. Auch Menschen können katholiziziert. Katholiziziert. Khaosiert. Heißeslein, der katholiziert. This invasion has produced a great work. Wirklich? Robes of the Guru. Was bringt mir das? You great... Oh! Plus 4 Faith, plus 8 Wissen. Na dann. Whatever. Ich kann nicht mehr durch das. Ich kann mal spielen. Das... Da ist noch eine Goodie hat. Wo ist es hier? Tiger. Wo ist es? Next. Jetzt krieg ich ganz schön viel Faith pro Runde. Wie viel Faith pro Runde kriegst du? 9,7. Warte. Ja. Wie viel Gold kriegst du die Runde? 7,5. Alter, für ein Armbrustschützen. 37 Runden ist schon ein bisschen krank. Warte. Wie viel Surely die Runde kriegt. Andere. Ja. Wo ist sie wohl sehen. Und so. Die Runde ist schon ein bisschen krank. Und so. Und so. So geil.